Danke, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen. Die Apokalypse ist abgesagt. Ich weiß, das tut Ihnen wahnsinnig weh und deswegen erzählen Sie uns heute ja auch schon den ganzen Tag von einer angeblichen zweiten Welle. Es ist mir auch ganz klar, Herr Minister, aus Ihrem Ministerium ist ja sowieso nur Chaos gekommen, Frau Minister. Natürlich brauchen Sie die zweite Welle, Sie wünschen sich direkt herbei. Auch der Herr Präsident wünschte sich, weil Sie damit natürlich auch politisch rechtfertigen wollen, was Sie dieses Land in Grund und Boden geführt haben. Es gibt nämlich sonst keine Rechtfertigung dafür, meine Damen und Herren. Ja, und langsam lichten sich ja auch die Nebel. Es ging hier niemals darum, rationale Argumente zu bringen. Es ging einzig und allein darum, Emotionen zu streuen, Angst zu streuen, Panik zu streuen. Und genau das haben Sie gemacht. Und es ist so weit gegangen, dass viele Leute wirklich Angst hatten. Und es ist etwas, das ist sehr schäbig, was Sie hier gemacht haben, nämlich unter dem Deckmantel einer angeblich furchtbaren Seuche, die Hunderttausende dahin raffen wird, wie es der Herr Bundeskanzler gesagt hat. Es ist nicht eingetreten. Es war auch niemals, übrigens auch in Ihren eigenen Expertenzirkeln klar, dass es jemals so weit kommen wird. Nämlich Ihre eigenen Experten. Und Frau Kollegin Schwarz, vielleicht sollten Sie sich den Falter kaufen und die Protokolle nachlesen, falls Sie sie nicht eh kennen. Selbst Ihre eigenen Experten, die Sie hier zitieren, haben von Anfang an gesagt, es geht um ganz etwas anderes. Es geht darum, die vulnerablen Gruppen zu schützen. Wenn Sie die Protokolle nachlesen würden, dann würden Sie es wissen. Das heißt, die politische Entscheidung, die hier getroffen worden ist, war eine vollkommen andere als das, was die Expertenstäbe empfohlen haben. Und jetzt machen Sie so weiter und Sie verdrehen dieses Rad immer weiter und weiter. Und weil Sie wissen, dass Sie politisch dieses Land wirklich in den Abgrund führen, dass die wirtschaftliche Situation eine Katastrophe ist. Wir haben 600.000 Arbeitslose in dem Land. Wir haben 1,3 Millionen in Kurzarbeit, von denen viele nicht wissen, ob sie jemals wieder in ihren Job zurück können, ob die Betriebe überhaupt wieder aufsperren dürfen. Dazu gibt es jetzt ein hartsches Testgastopaket, das diesen Wirten überhaupt nicht helfen wird. Weil es bringt niemanden etwas, wenn Sie jetzt die Sektsteuer runtersenken. Da werden sich die Gastronomen wirklich bedanken bei Ihnen. Und da werden Sie wahrscheinlich diesen Ausfall an Einnahmen, den werden Sie mit der Sektsteuer wahrscheinlich eben nicht wiedergutmachen können. Aber genau das ist Ihre Politik gewesen. Eine Corona-Inszenierung. Und Sie führen sie weiter. Sie kommen offensichtlich aus Ihrer eigenen Inszenierung, aus Ihrem eigenen Schauspiel gar nicht mehr raus. Jetzt wollen Sie Schulen aufsperren. Jetzt müssen alle Kinder dann mit der komischen Maske herumlaufen. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Allein wenn man sich die Krankheitsfälle anschaut. Wo soll man sich denn heute bitte schon überhaupt noch anstecken bei 1.200 Aktivkranken in diesem Land? Wo sollen sich denn die Kinder anstecken? Und statt dass Sie endlich sagen, die Geschichte ist abgeschlossen, es ist vorbei. Wir werden weiterhin auf Hygienemaßnahmen schauen. Aber lassen Sie die Leute endlich in Ruhe. Es ist aus, es ist vorbei. Geben Sie den Leuten endlich ihr Leben zurück. Geben Sie den Unternehmen Geld, dass sie weiterarbeiten können. Und sorgen Sie endlich dafür, meine Damen und Herren. Sorgen Sie dafür, dass die Leute nicht mehr dieses Tuch vor dem Gesicht haben müssen. Weg damit. Das ist nämlich schädlich für die Kinder. Es ist schädlich für alte Menschen und für Lungenkranke. Das sollten Sie sich auch einmal durchlesen. Und gleichzeitig bietet es Null Schutz. Es dient einzig und allein dazu, ihr Chaos aufrechtzuerhalten. Es dient einzig und allein dazu, den Leuten zu sagen, oh mein Gott, wir sind in einer ganz gefährlichen Situation. Und nein, das sind wir nicht, meine Damen und Herren. Gehen Sie endlich zur Wahrheit über. Und ich sage Ihnen nur ein Beispiel, die Stadt Rathstadt. Nur weil es mir gerade einfällt. Die Stadt Rathstadt hatte 24 Corona-Fälle, 24 Geheilte unter dem Strich Null. Und jetzt erklären Sie mir, warum muss man dort Maske tragen in den Schulen, in den Kindergärten und sonst überall. Es gibt keinen Grund dafür, meine Damen und Herren. Und auch, weil Sie jetzt von dieser zweiten Welle, die ja in anderen Staaten wie Südkorea plötzlich über uns hereinbricht. Die zweite Welle, das sind 1500 Testungen. Das bezeichnen Sie als zweite Welle. Also hören Sie auf, immer diese Geschichten zu streuen. Die Leute sind Gott sei Dank des Lesens mächtig. Es gibt auch immer mehr Journalisten, die sich auch dafür einsetzen, die das auch nachrecherchieren und veröffentlichen. Und das ist Ihr Problem, das Sie in Wahrheit haben, meine Damen und Herren. Und weil Sie ja die Wirtschaft in Grund und Boden geführt haben und es jetzt endlich auch dazu kommen muss, dass wir auch wieder ein bisschen raufkommen aus dieser Krise, nämlich aus dieser Wirtschaftskrise, in die Sie uns sehendes Auge geführt haben, stelle ich folgenden Antrag. Die Bundesregierung wird aufgefordert, jedem österreichischen Staatsbürger Gutschein den Wert von insgesamt 1000 Euro auszustellen, die bis 31. Dezember 2020 nur bei heimischen und in Österreich steuerpflichtigen Betrieben eingelöst werden können. Das wäre für sämtliche Unternehmer vom Hotelier über den Handwerksbetrieb bis zum kleinen Einzelhandelsbetrieb eine wirkliche Unterstützung, eine Ankurbelung des Konsums. Und damit könnte man diese ganze Wirtschaftsgeschichte in Österreich auch wieder in Schwung bringen. Weg mit den Gesichtsmasken, der Hals-Nasen-Schutz ist schädlich für Kinder, Alte und Lungenkranke, sagt die ausgebildete Medizinerin Dagmar Pilakovic von der Freiheitlichen Partei.